Da muss ich auch noch die Klappe zumachen. Da ist noch ein Back. Normalerweise muss ich jetzt eigentlich anzeigen, dass die Klappe geschlossen wird. Wir haben hier noch keine vollwertige Version. Da sind noch leichte Fehler drin, aber nur leichte. Dann haben wir Start. Und dann fängt er jetzt gleich an zu fräsen. So, und jetzt sieht man, dass er mehrfach schneidet. Weil er eben noch guter Motorleistung geht, er geht dann nicht sofort in den tiefen Einschnitt, sondern er fährt die mehrfach ab. Ach so, er sucht erst die flachen Einschnitte und nachher in die tiefen Einschnitte. In die Tiefen rein, ach so. Und das spart schon natürlich auch den Fräser, wenn er nicht sofort reinfährt. Aber wie gesagt, sind eben die zwei Komponenten Leistungsstärkung des Motors. So, und jetzt sagt er eben, ich soll auf den Schlüssel drehen.